So Leute, weiter geht's mit Fire Emblem 7 und ich beende erstmal den Zug. Wir sind ja hier im Kapitel 30, Sieg oder Tod stehen geblieben. So, wir sind ja jetzt schon recht weit gegen den Endboss. Endboss, sag ich schon. Boss dieser Stage. Mann, ich schaff's heute auch wieder. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich bin ein klein wenig erkältet. Naja, klein ist ein bisschen übertrieben. Ich bin stark erkältet. Aber ich hoffe, ihr hört mich ganz okay und der Ton ist ganz gut. Das kann ich nämlich jetzt leider nicht überprüfen, da ich ja jetzt aufnehme. Ich glaube, damit hätte jetzt gerade keiner gerechnet. So, wir sind ja so gut wie am Ende. Jetzt jedenfalls Richtung, ähm, dem Endboss endlich. Diesem Boss dieses Kapitels den, äh, Tod zu geben. Ähm, ich könnte ihn töten, aber ich will nicht. Ja, gut, das war jetzt überflüssig. Ich weiß. Aber trotzdem, ähm, so ein paar sinnlose Dinge muss man schon tun. Ach, Herr Eduard. Ach, Leute. Hört doch einfach auf. Stelle ich mir diesen weiteren Einheiten. So, der ist jetzt tot. Ist das auch ein Morph? What the fuck? Auch ein Morph. Auch nicht schlecht. Gut, dadurch stirbst du gar nicht. Das will ich nicht. Ich will, dass du stirbst. Hö, hö. Wir reiten aus, äh, um Limstella, ähm, das, ähm, Leben rauszureißen. Ähm, na gut, sie ist sowieso ein Morph, also es ist, kann es uns wirklich egal sein. Wow. Der Typ hat sogar getroffen. Oh. Okay. Und Hef trainiert jetzt die ganze Zeit, während der kurz vorm Tod ist. Das ist derbe. Und die treffen irgendwie Halle. Was ist das für eine Scheiße? Ja gut, dann stirbt sie jetzt eben. Meine Güte. Bringt sie doch endlich um. Das ist sowieso ein Charakter, den ich gebrauchen kann. Was habt ihr eigentlich für Waffen? Wow. Natürlich die Besten. Ah, gut. Was für Lärm. Ich dachte, ich könnte hier auf der Insel des Grauens den Schlachten entfliehen. Nein, ich habe kein Interesse, den Grund eures Kampfes zu erfahren. Ich suche nur nach Ruhe. Wenn euch zu helfen bedeutet, dass ich sie finden werde, So werde ich euch gerne meine Macht zur Verfügung stellen. Nicht, dass ich in der Schlacht von großem Nutzen wäre. Nein. Es ist einfach nur Renaud, Gastlicher, der Valor bereist. Von Mysterien über umhüllt. Und der Typ kennt auch, äh, zufälligerweise, ähm, Lärgal. Ah, ja, gut. Der hat ihn jetzt nicht gehalten. Schade, ich dachte, der Typ könnte ihn wenigstens heilen. Yay. 71. 70. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Der Stahl-Axt. Gut, wir müssen sowieso recht schnell langsam machen. Ja, klar. Yo. Null. Äh, geil, er hat eine Stärke von 20. Das ist zwar schon. 3. Ja, 20. Ja, klar. Ist ja super. Ach, verd... Sorry. Musste grad sein. Ich vergaß. Sorry. Was die Scheiße da... Tacke sind. Ja, klar. Kommt. Wie wollt ihr eigentlich hier noch hinschleppen? Also so langsam reicht's ein bisschen. Nein, könnt ihr nicht einfach sterben. Da seid ihr dafür auch zu sch... Gut. Nicht aufregen. Bringt eh nichts. Die Typen da vorne. Sie killen wir schon irgendwie auf irgendwelchen geilen Wege. Und währenddessen versuchen wir hier ein bisschen auszuharren. Auf jeden Fall ist Renault auf jeden Fall nicht schwach. Na wenigstens etwas. Ja, das sind leider noch zu viele Gegner. Und es werden nicht weniger. Ja. Tod. Tod. Noch einer. Auch tot. Wow, jetzt kommen sie mit Bum. Ja, klar. Kommt jetzt immer wieder dieser Scheiße. Wollt ihr immer wieder ein bisschen spielen. Gut. Gut, was sollte man sagen? Ich habe ja sowieso schon vorne reingesagt, die Map wird schwer werden. Meine Befürchtung ist natürlich auch in Schwarze getroffen. Wer auch nicht anders zu erwarten war. Aber gut, ich hatte sowieso damit gerechnet. Aha. Nur die Weifenretter regen mich jetzt gerade am meisten auf. Ich mag sie einfach nicht. Ich könnte nicht Hector angreifen, der braucht EP. Ja, gut, ja, der braucht EP. Der muss aber auch verdammt normale nach oben. Ja, gut, kann sowieso nicht so weit. Dann passt er doch schon. Level up. Level 5, yay. Nichts besonders, aber gut, jetzt greifen wir endlich mal Lim's Teller mit unserem Gewitter an. Ich nehme mir dein Leben und deine Quintessenz. Und ich habe keine Ahnung, wieso diese Frau jetzt die Musik der Blackfang hat. Sie ist eigentlich keiner. Egal, alles zum Wohle meines Meisters. Vielen Dank. Yay, hat getroffen. Du konntest es nicht machen. Stufe 23. Ja, das sieht doch besser aus. So, welche Werte wünsche ich mir hier. Und nicht so welche anderen Faxen, ey. Achso, ja gut, der Angriff hat dann wohl sehr wenig gebracht. Egal. Will kann viermal angreifen. Kriegt jetzt erstmal ein Critical hin. Nochmal. Vielleicht noch ein Critical. Und haben gleich noch gewonnen. Will, du bist gut. Ich bin nicht menschlich. Dieser Körpfer und dieses Herz sind Konstrukte. Ebenso wie diese Sorge. Äh, ja. Ich habe keinen Wort verstanden. Egal. Will hat sie gekillt. Mit einem One-Hit. Nein, Vierfach-Hit. Und dazu gleich nochmal zwei Criticals. Applaus. Besetzer. So, das war eine heiße Schlacht. Ich dachte, sie würde niemals enden. Puh. Es ist doch nicht vorbei. Nergal wartet am Drachentor. Nergal, er wird bezahlen. Doch bevor wir zum Drachentor ziehen, Nils. Würdest du dir etwas ausmachen, deine Geschichte mit uns zu teilen? Wie? Wenn du nicht willst, werde ich dich nicht dazu zwingen. Nein, ich werde es euch erzählen. Ich will, dass ihr alles über mich und den Nieren erfährt. Sehr lange Geschichte. Vor einem Jahrtausend verjagten wir Menschen und Drachen aus dem Land, schickten uns ins Exil. Es gab keinen Ort, an dem wir hätten gehen können. Nicht in dieser Welt. Also schritten wir durch das Drachentor in eine andere. Als wir diese Kluft in Raum und Zeit überquerten, gingen viele von uns verloren. Dennoch ertrugen wir die Strapazen dieser Reise. Auch dort stießen wir auf Menschen. Doch gab es ihrer nur sehr wenige. Es kam zu einigen Schermützeln. Doch letztendlich fanden wir ein Zuhause. Dort fühlten wir uns sicher, ja sogar glücklich. Doch einige von uns dachten an unser altes Zuhause. Und als sie es taten, erreichte uns seine Stimme. Nenian war ein Medium in der anderen Welt, ein Orakel. Sie saß im Drachenschrein. Ihr Macht war groß. Wir beteten im Schrein, als es geschah. Wir hörten eine Stimme, die uns durch das Drachentor rief. Es war die Stimme eines alten Freundes. Wir wussten, dass wir das Tor nicht öffnen durften, um in diese Welt zurückzukehren. Wir hatten keine Ahnung, dass die Stimme niemand anderem gehörte als Nergal. Nergal? Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Als wir das Drachentor öffneten und wieder hierher zurückkamen, hatten wir fast alle unsere Stärke eingebüßt. Die Essenz, die doch in uns verblieb, war geringer als selbst die einen des gewöhnlichen Menschen. Um uns selbst zu erhalten, um die Luft dieser Welt zu hatmen, nahmen wir menschliche Gestalt an. Unsere Energien sammelten wir in einem Drachenstein, doch unser Drachenstein wurde gestohlen. Nergal wollte ihn dazu benutzen, noch andere Sachen zu rufen, bis wir entkamen. Wir konnten nicht unsere Freunde durch unsere Dummheit verdammen. Verkleidet als Tänzerin und Bader, waren wir auf der Flucht. Wir zogen von Land zu Land und so stießen wir vor einem Jahr auf Lady Lindis. Und die ganze Zeit über, war Nergal hinter euch her? Warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Ihr wart so gut zu uns. Wir wollten euch keine Probleme bereiten. Nachdem wir Lind in Kailin verließen, gerieten wir wieder in Gefangenschaft. Wir beschlossen, dass die einzige Möglichkeit zur Flucht dahin bestand, unser Leben zu verkürzen. Dann trafen wir auf Lord Elbert. Er war so stark, so gütig. Er wusste, was wir waren und was wir getan hatten. Und doch hat er uns nicht verachtet. Im Gegenteil, er hat versucht, uns mit Geschichten aufzumuntern. Geschichten von seiner Familie und seiner Heimat. Ninian und ich, wir lauschten seinem Geschichten und empfanden Liebe für seine liebe Frau und seinen Sohn. Die Ahnung, nein, dies Wort mag zu stark sein, aber wir fühlten, dass sein Sohn es ist, der uns retten würde. Das war es, was wir fühlten. Deshalb, deshalb, Lord Eliwood, ich glaube an dich. Selbst wenn Ninian uns verlassen hat, werde ich nicht aufhören, dich zu beschützen. Ich muss es tun, das ist Ninians letzter Wunsch. Es ist unser Wunsch. Lass uns Nergal aufhalten. Du bist der Einzige, der dies vollbringen kann. Nils. Lass es uns tun, Eliwood. Er hat recht, es ist zu früh, um aufzugeben. Ich meine, wir stehen noch. Wir sind noch am Leben. Ihr alle... Ihr habt recht, meine Freunde sind hier bei mir. Keine Macht der Welt kann stärker als das sein. Gehen wir, das Drachentor erwartet uns. Dort lasst uns Nergals Ziele vereiteln. So, wir bewegen uns langsam in Richtung Finale. Und das alles werdet ihr aber erst im nächsten Part von Fire Implem 7 wiedersehen. Bis denne. Tschüss. Untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank.